Hi Leute und recht herzlich willkommen bei Frust auf dem Frostlift oder auch Yoshi's Woolly World. Aber wir lassen uns durch den Intro gar nicht erst aufhalten. Wir gehen gleich in ein Game und schauen, was das Game so für uns bereithält. Kaboom! Yoshi ist der beste XOXO-Herzchen von Bersi. Egal. So. Okay. Wie komme ich da hoch? Gib mal hier... Ah! Oh Gott, ich verstehe. Ich verstehe... Ups, so. Ich bin doof. Boing! Juhu! Ich glaube, ich sollte die aber... Also meine Eier noch so richtig auffüllen, weil sonst... Hm? Dankeschön. So kann man das einigermaßen erfolgreich triggern. Okay. Ich möchte auf jeden Fall da auch das unten da einsammeln. Äh. Huch. Und nicht runterfliegen. Das wäre übrigens auch nett. So rein theoretisch. Ich nehme mal noch den Pinguin mit. Hm. Was tun wir hier? Was tun wir hier? Und, 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 und. Ah, okay. Oh, ich sehe das doch schon. Ich sehe das doch schon auf Meilen Entfernung, dass da rechts noch was ist. Hups. So. Was sieht's aus? Huch. Äh. Ich dachte eigentlich... Das wollte ich nicht, übrigens. Ich wollte das hier aktivieren. Genau. Jetzt habe ich schon irgendwie alles aufgeräumt. Bis auf eins. Na gut. Na gut. Ich kann auch hier einfach rüber gehen, ne? Ähm. Ich möchte ja nichts sagen, aber da unten ist doch was. Naja. Das gefällt mir nicht. Was sieht's aus? Hm. Ich weiß doch, dass da unten was ist. Come on. Nein. Da unten ist nichts. Tja. Dann habe ich ein kleines Problem. Ich kann zwar die Höhe halten, aber... Naja. Autsch. Äh. Ich denke, ihr habt das alles alle vorhergesehen. So. Auch. Ja. Dankeschön. So. Danke. Danke. Mehr. Na, drei... Äh, wer nicht... Äh, verdammt. Na toll. Jetzt habe ich mein Timing... ein bisschen verpatzt. Äh, what? Äh, what? Äh, okay. Das war komisch. Egal. Lassen wir es. So stehen. Ach, da habe ich das zwei großen Eierfreund haben bekommen. Schon gewundert. Boing, boing. Die haben wir immer das so einfach. Why not, ne? Please. Und irgendwie so rum. Ja. Dankeschön. Okay, da unten rechts ist nichts. Von mir aus. Ach, ich kann das auch nicht zusammen aktivieren. Hm. Interesting. Dann halt nicht. Äh, hopp. Thank you. No. A little bit of failing hier. Ja, wäre auch kein Headset Sniper Let's Play, wenn ich ein bisschen fehlende dabei wäre, ne? Ups, äh. Äh. Dankeschön. Ja, die braucht man. Naja, zum Glück ist es kein Autoscroller. Oder Pseudo-Autoscroller. Boing. Nehmen wir mal das mit. Na, nein, 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 nein. Das muss ich richtig erledigen. Äh. Ne. Dankeschön. So, so haben wir das. Ups. Äh. Nein. Nein. Da war ein Sticker übrigens drin. Fuck. Fuck, 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 fuck. Hm. Das wird, äh, nicht einfach. So geht das nicht. Ja, ich bin ungeduldig. Leave me be. Dankeschön. Ach, das ist auch gar nicht, ah, die wechseln auch gar nicht die Spur. Ich dachte irgendwie, ich hab mir das so erklärt, dass die die Spur wechseln, aber... Ne, 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 die bleiben, die, die vervollständigen praktisch die Spur, die Schalter. Bam, 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 bam. Ja, genau. Deswegen kriegt man zu jedem Zeitpunkt hier alle Edelsteine. So. Äh, was auch immer das war. Ach so, ich war... Ah, okay. Cool. Hm. Ich lerne ja noch was dazu. Das ist gar nicht so schlecht. Naja, naja, naja. Diesmal werde ich auch nicht mehr runterfliegen, versprochen. Huch. Shit. Ich habe eine kleine Spinne auf meinem Mikro. Fuck. Für alle, die es nicht wissen, ich habe so eine leichte Spinnenkoppi. Zum Glück war das auch nur eine sehr kleine Spinne, aber... Üh, äh, ikit. Nur mal so am Rande. Boing. Ah, jetzt haben wir es geschafft. Ja. Ich gehe hier auf Nummer sicher, ohne zu fragen. Ohne Frage. Jetzt habe ich die richtige ausprobiert. Richtig gäre Ausdrucksweise. Na ja, eigentlich... Wollte ich hier noch unten drunter. Aber von mir aus... So geht das auch. Man darf hier nur nicht runtergepusht werden. Das ist sehr fies. Ja, die Pinguine sind fies. Wah. Äh. Yes, nice. So, kriegt man alle. Wartet kurz. Baaah. Ich habe sie nicht richtig getötet. Das war dumm. Ich habe sie irgendwie nur runtergeworfen von meinem Mikrofon. Dam, dam, dam. Aber ich meine, ich würde die auch nie wieder sehen. Ganz ehrlich, die war so klein. Von dem her ist es vielleicht nicht so schlimm. Äh, irgendwie habe ich das Gefühl, da unten wäre noch eventuell was gewesen. Liege ich da richtig oder falsch? Hm. Na, ich würde fast sagen, nö. Aber, keine Ahnung. Auf jeden Fall fliegt das hier runter. Wah. Hilfe. Der wollte mich nochmal runterstoßen. Was für ein Arsch. Äh. Okay, ich wollte eigentlich die Eier einsammeln. Aber von mir aus. Hier, schön oben drauf. Boing. Ah, ich verstehe. Äh. Ja. Das brauchte man nämlich in dem Moment. Sonst hätte man das nicht geschafft. Oh Gott. Ein Bullet Bill Level. Ähm. Na gut, okay. Ich dachte irgendwie, da wäre was Besonderes. Boing. Offenbar nicht. Offenbar überhaupt nicht. Aber. Ich sehe das doch. Ah. Das geht direkt da durch. Also, es war ein ehem großes Volk. Nein, ne? Nein. Was tut ihr da? Da oben ist auf jeden Fall was. Und? Was sieht's aus? Ah. Okay, das war... Okay. Nicht so wichtig. Ah ja, verstehe. Na gut, ich habe nicht arg viel Zeit. Äh. Versuche. So rum. Boing. Äh. Ich glaube, ich bin da mal bitte hoch. Komm her, bitte. Dankeschön. Dann... Hier ein bisschen was. Äh. No. No. Das ist... Okay. Da komme ich wohl nicht so einfach hin. Da auch nicht. Na gut, dann machen wir es halt erst so. Dann spüren wir hier alles einsammeln. Achso, ich brauche sowieso mein Eis... Äh, meine Feuerblume. Dankeschön. Ach, verdammt. Ja, es klappt nicht so leicht, wie man sich das denkt. Da kann ich sowieso nichts machen. Okay. Keine Ahnung, ob das alle waren. Aber ich kann ja sowieso nichts anders machen. Außer hier gibt es nochmal extra Feuerblumen. Äh, Feuermelonen. So rum. Keine Feuerblumen. Ich lebe jetzt irgendwie nicht danach raus. Merkt euch gut, was wir da eingesammelt haben. Autsch. Ah, nice. Das mit. Das nicht. Ah. Das war schön. Thank you very much. Wenn wir alles reindrücken. Das nehmen wir auch gleich mit. Und ich verstehe. Ah. Ah. Nice. Das war natürlich vollkommen eine Absicht, ne? Ähm. Äh. Come on. Na, Dankeschön. So geht das natürlich auch. Baa. So. Hier Baral rein. Ich da auch noch rein, da. Dankeschön. Dump, 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 dump. Baa. Okay, ich muss da hoch. So. Very nice. Das lief doch gar nicht mal so schlecht, würde ich mal so sagen. Ich bin noch nicht ganz zufrieden mit meinen Münzen und sowas, aber. Wir cross the bridge when we cross the bridge when we come to it, ne? Da ist nochmal eine Feuerblume. Braucht ihr irgendwie? Hi. Das lief irgendwie nicht so wie geplant. Wait a second. Ich lass mich hier nicht hetzen, denn da war ein Stempel drin. Und ich denke sogar, dass ich vorhin einen Fehler gemacht habe. Da oben wäre nämlich wahrscheinlich auch noch was gewesen. Aber gut. Ne. Ne, so weit rein. Die einzige Möglichkeit, das hier richtig zu bekommen, ist auf jeden Fall, es so zu machen. Das brauche ich nochmal eins. Na gut. No problem. I can do that much. Thank you. Ich kann natürlich auch nicht auf den warten, Letzte. Haha. Vor allem, weil ich dadurch noch den Pinguin austricksen kann. Yes. Ah. Hilfe? Huhu. Okay. Keine Ahnung, ob ich jetzt alles habe. Aber ich habe eine Feuerblume noch. Vielleicht brauche ich die ja noch irgendwann. Au. Das wollte ich nicht. Nein. Nein. Und jetzt? Ich könnte jetzt theoretisch schon mal zurück. Ah, jetzt kommt die Kamera. Ah. Das ist Spawn sogar. Wow. Das Level ist... Echt kollegial, muss ich sagen. Das hätten andere Level nicht gemacht. Naja. Ich meine, das Level waren schon immer dicke. Oder so irgendwie. Nein, das hört sich doch an. Bam, bam, bam. Wah. 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 Warte mal, dass man hier überall rumgeschubst wird, wegen diesem Pinguin-Ding. So. Dankeschön. Nein. Bam, 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 bam. Nein. Und hopp. Oh. I understand the problem. Und? Wie sieht's aus? Das nehmen wir auch gleich noch mit. Du Arsch von Pinguin. Du Arsch von Pinguin. Äh. Na gut. Wollen wir es dann nochmal. Nee, ich komme da nicht hoch. Gar was ich tue. Wah. Dankeschön. Wah. Überall diese Pinguin-Attentäter. Dam, 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 dam. Jeder kennt sie. Na, fuck. Das war komplett falsch, übrigens. Nur so am Rande. Das kann ich gleich nochmal machen. So. Ihr dürft euch übrigens auch demnächst mal auf ein richtiges Update-Video freuen. Wo ich mal die ganze, ja, der aktuelle Status des Kanals und sowas ein bisschen erläutere. Weil in letzter Zeit, ja, ich mein, es kommt halt nur Yoshi, ne. Habe jetzt an sich nichts dagegen. Ich wollte eigentlich ja schon immer, nein, nein, das kann man echt nicht sagen. Ich wollte eigentlich nie nur ein Let's Play auf meinem Kanal haben. Aber na ja. Ist es auch nicht schlecht. Ich könnte nämlich daraus was ganz cooles machen, indem ich dann einfach die, ähm, ja, mir nochmal mehr Mühe mit dem einen Let's Play gebe. Und dann ein bisschen mehr, keine Ahnung, besser schneide und alles mögliche. Dinge, die halt ein bisschen aufwendiger sind und die ich eigentlich nicht mache. Weil ich die Zeit nicht dazu habe. Aber ist nicht, dass sie nicht unbedingt trotzdem nötig sind. Denn man muss ja heutzutage ein bisschen mit anderen Let's Playern leider... So, machen wir die einfach mal kaputt. Was ist das? Bitter nötig. Nein! Du Arsch! Du Arsch! Nein, ich würde mich dadurch jetzt nicht umbringen lassen. Auch wenn es dadurch komplett schneller gehen würde. Oh, ich kann gar nicht mehr zurück. No! Nein, ich will nicht in den entspannten Modus wechseln. No game, I don't want that. Ich schicke die einfach ein bisschen früher, ne? Boing! Wieso springe ich, wenn ich den treffe? Interesting. Hat mir noch nie aufgefallen, wenn ich die mit Feuer treffe. Oh, jetzt habe ich perfekt. Das ist die perfekte Anzahl an Feuern, die ich verbrauchen kann. Das geht irgendwie hoch. Das Level ja nicht schon zigmal an der Stelle gespielt, um zu wissen, was eigentlich jetzt gerade abgeht. So, jetzt aber. Aber einsammelmäßig sieht es sehr gut aus. Very good. Hier alles aufessen einfach. Boah, ist das vielleicht ein bisschen knapp. Boah. Nein. No. Naja, wenn da einer drin war. Ich denke sowieso nicht, dass ich das Level beim ersten Mal komplett schaffe. Boah. Achso, stimmt, da war was. Äh. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ach, verdammt. Äh, das war... Nicht... ...das, was ich tun wollte. I need you. Jump. Jump, Penco-Hans. Jump. Wieso wollt ihr mir denn nicht helfen? Ich sterbe hier. Okay. Ein Shell-Jump aus der Luft heraus. Das geht nicht. Fuck. Ich muss es noch riskanter machen. Okay. Ich verliere, glaube ich, es langsam tatsächlich ein bisschen an Höhe. Hm? Na, fuck. Okay. Wir sehen uns wieder an der Stelle. Okay. Wir müssen eine Feuerblume komplett hierhin mitnehmen? Nein, müssen wir nicht. Okay. Hehe. Wollte gerade sagen. Ja, ich weiß, das ist gefährlich. Deswegen. Bam, bam. Aber dann haben wir zumindest mal beinahe alles. Was noch fehlt? Das Leben. Ein Sticker. Und ja. Ich glaube, ich weiß, wo das Zeug liegt. Von dem her. Ich meine, eine Wolkenaule habt ihr ja schon gesehen. Das werde ich nur kurz einblenden, ohne darauf einzugehen. Fehlt mir noch eine Blume? Wait a second. Wieso fehlt mir noch eine Blume? Ne, fehlt mir nicht. What the fuck? Das ist doch gerade so, als ob mir eine Blume fehlt. Nö, tut's nicht. Okay. Wow. 21 Minuten für die Episode. Äh, die, 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 die. Das Level an sich. Das ist heftig. Das haben wir, glaube ich, schon mal gehabt. Ich kann dann zu den Stellen. Aber natürlich hier noch der Yoshi. Nein. Nicht. Das Level meine ich natürlich. Sehr. Zurück. So. Ich wette, hier war nämlich noch was. Habe ich nur so im Gefühl, weil ja so ein Schimmer, na, an solchen Orten auch schon was war. So. Hm. Jetzt muss ich, ja, verdammt. Ich wollte ganz genau den, äh, mittleren treffen. Okay. Jetzt haben wir letztes Mal, äh. So. Also entweder da ist noch, ne, da ist kein Stempel mehr drin. Da haben wir den Stempel schon. Okay, da haben wir keine mehr Stempel drin, als die, die wir schon eingesammelt haben, hoffentlich. So, jetzt wird's wieder spannend. Hilfe. Ja, damit. Ich muss jetzt, glaube ich, so ziemlich alles einsammeln, was ich in die Finger kriegen kann. Ähm. Intensiv natürlich dem hier. Ähm. Passt das? Nein. Also, ich hab jetzt beinahe alles, aber eine Münze fehlt mir noch. Oh Gott, da war das doch in dem einen, eingefrorenen Block, wo ich vorhin die Blume nicht mehr hatte. Äh. Vielleicht. Okay, wir sehen uns nach dem Endscreen hier nochmal kurz bei dem einen. Dem EINEN. Bam. Aber wir haben schon mal beinahe alles. Beinahe alles ist schon mal gar nicht so schlecht. Nicht so gut wie alles, alles, aber you know, beinahe alles halt. Achso, aber hier kriegt ihr noch euren Yoshi zusammen. Geschustert. Hier. Frost Yoshi, okay. Okay, hier war kein Sticker drin übrigens. Ich könnte mir aber noch irgendwo vorstellen, wo das Sticker drin war. Gott, Damage. Da drin wahrscheinlich, ne? Ah. Da ist noch was. Okay. Ich dachte mir schon sowas mieses. Irgendwie mies. Ja, doch. Doch, es ist mies. Und da ist der letzte Stempel. Okay, Leute. Bis ans Levelende. So. Und damit haben wir das auch mal noch geschafft. Jihau. Nice. Und ich würde sagen, das war es dann auch soweit von mir für heute. Falls es euch gefallen hat, würde mir mal liken, falls es euch gefallen hat, abonnieren. Drückt den Abo-Button. Ciao, Leute. Ciao, Leute. Ciao, Leute. Vielen Dank.